Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal was ganz anderes vorstellen und zwar haben wir hier vor uns eine Mystery Box von SneakerFlee. Was das alles auf sich hat, erzähle ich euch nach dem Intro. So, hier liegt sie also, die Box. Ich habe das Versandetikett schon mal rausgemacht. Ihr seht es hier von SneakerFlee Broadway New York. Dort ist auch deren Laden, also es ist ein seriöser Shop sozusagen. Ihr seht auch hier 10 Dollar als Value. Finde ich etwas komisch, da dort an sich zwei ASSC-Shirts drin sein müssten, also Anti-Social-Social-Club-T-Shirts. Denn das ist deren Geschäftsmodell, würde ich mal sagen. Die verkaufen für 149 Dollar ungefähr Mystery Boxes, wo eventuell ein Gutschein drin ist für zum Beispiel Dior Jordan 1 oder sonstige teuren Schuhe, manchmal iPads, was auch immer, iPhones, was sie sich gerade einfallen lassen. Und garantiert bekommt man aber zwei ASSC-Shirts oder Hoodies oder was auch immer. Oder Supreme-Sachen gibt es auch. Die Sachen sind garantiert. Und ja, ich würde sagen, wir packen das gleich auch schon mal aus. Der Grund nochmal ganz kurz vorweg, warum ich das Video mache, es passt eigentlich nicht zu den Technik-Themen hier auf dem Kanal. Aber als ich das bestellt habe, habe ich nach einem seriösen Video, ja, Erfahrungsbericht-Video über diese Seite gesucht. Und ich habe nur Videos von sehr großen YouTubern gefunden, wie zum Beispiel Harrison Neville, der mit denen eine Partnerschaft hat und der quasi die Sachen zugeschickt bekommen hat. Und kaum jemand, der das wirklich einfach auspackt und keine Partnerschaft mit denen hat und nichts mit denen zu tun hat. Ich würde sagen, es geht jetzt los. Ich hole jetzt mal diese Sachen hier raus und schauen wir mal, ob wir einen Gutschein dabei haben. So, hier ist auch weiter nichts drin. Tun wir mal beiseite. Und was haben wir jetzt drin? Der Moment der Wahrheit. Ja, also in dem Fall haben wir kein Glück gehabt, wenn man das so sagen kann. Und wir haben nur in Anführungsstrichen zwei Anti-Social-Social-Club-T-Shirts bekommen in Medium, wie bestellt. Auch zur Lieferung muss ich sagen, es kam genau so an, wie angekündigt. Also das müsste die August-Mystery-Box sein. Und es stand direkt schon drin, dass es Ende September erst geliefert wird. Und das passt vom Datum ganz gut. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Und tatsächlich bekommt man auch überhaupt erst mal was, was ja auch schon mal ganz gut ist. Und ja, es sieht aus, als hätte ich hier zwei ACES-T-Shirts bekommen. Ob die echt sind, das werde ich nochmal prüfen. Aber auf jeden Fall sollte man trotzdem irgendwie sein Geld da wieder mit raus haben. Ich weiß nicht genau, wie viel diese jetzt hier wert sind, aber wohl so rund 60, 70 Euro. Und deswegen lohnt sich angeblich diese Box. So zumindest promoten das alle. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Also ich zumindest habe auf jeden Fall was bekommen. Vielleicht hatte ich jetzt Pech oder man bekommt nie so einen Gutschein. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt von mir, schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei und abonniert den Kanal. Eigentlich geht es hier auf dem Kanal hauptsächlich um Technik. Liked das Video, wenn es euch geholfen hat oder euch gefallen hat. Und kommentiert, wenn ihr noch Fragen habt. Die beantworte ich alle in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aye. Tschüss. SIGNS.